Hallihallo meine Lieben, ich bin's, der Tricky Niki. Wer mich kennt, der weiß, ich kombiniere Comedy, Zauberei und jede Menge Bauchreden. Und ich habe hier zwei ganz, ganz liebe neue Freunde kennengelernt. Und das wisst ihr vielleicht nicht, aber die können reden. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo, ich bin die Lara. Und das ist der... Ich kann alleine reden. Ich bin der Louis. Lara und Louis? Mhm, der Louis ist mein Freund. Echt? Zu dem Pärchen? Nicht so laut. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Oh, oh. Was denn? Äh, jetzt nicht, ne? Die, die hören das alle, oder? Ja, ich glaube, das haben jetzt alle mitbekommen. Aber es tut mir halt nicht so schlimm, oder? Nein, gar nicht. Louis, ich mag dich. Ich mag dich. Und ich mag euch beide. Ich finde das super. Denn das sind die zwei Maskottchen der Special Olympics. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ich schon. Das habe ich mir gedacht als Maskottchen. Ich freue mich sehr. Hoffentlich bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Alles Liebe.